ja okay fahr erst mal rückwärts das tor hoch und lass mich runterfallen ja nein ja er kann doch morgen abend nicht meinst du den timo wahrscheinlich müde ob er on ist oder nicht wäre mir dann egal aber der wollte herkommen zu zocken nein vorbeigefahren 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 eine schöne beschreibung der situation ein unangenehmchen rein scheißen nein ich wollte eigentlich schießen das bringt mir nix in euer tor rein zu scheißen ja ja gute übung jetzt machen wir uns gegen das keep on roll ja was holt ihn euch holt ihn was ey ich wollte den grad spielen von hier oben m ab dem so schön aufs dach gelegt Mono ich bin der hat irgendjemand da pausiert geh mal weg da wirbelswirbel mal woanders rum ja wirbel 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 im Sauseschritt und bring die Bälle mit und mein Pimmels mich Pimmelman 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 schreit sie sind mal locker immer fit Pimmelman noch ein Geil ja ja das P steht für Pimmel das P steht für Pimmel ach mit dem Drecksding richtig mit dem Drecksding der Rest steht nicht das P steht für Pimmel das P steht für Pimmel das war mein Boots mal den das nehme ich jetzt sehr unpersönlich gut da bin ich doch gerade jetzt nicht dieser plötzliche seitenwechsel ja ja die anderen männer ihr seid so kern 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 so ich hab gewartet das war mein schuss der war gut geschrieben ja der war zu viel um ihr stummt worden von den kollegen den da zum beispiel ich bin ich jetzt hier ist er 1 ist ein bisschen hier ist er mit dem ball oh tschuldigung nein team deathmatch team deathmatch ach komm frie halt warum tust du das tut doch weh lass das doch ja 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 das klang gerade so schwul denn da spikestet wollen wir nicht da wollen wir nicht da wollen wir noch nicht naja du kriegst den ball nicht das ist aber schade jetzt hat er keine spikes mehr extra gewartet ich bin der könig ich bin jetzt könig nicht gut ja das geht es nicht ich bin der könig ich bin der könig ja vorlage ja vorlage ja vorlage nein auch atma wo du den hinspielst das ist doch nichts sehr gut atma sehr gut ich bin da ist doch auch nichts der muss die andere seite vom tor hier wo ich bin sehr gut wir halten unsere eins zu zwei führung hier hinterm tor nein 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 das gibt's nicht ja nein da sprallt er dem so hinten aus heck dass er noch drüber fliegt das wäre wahrscheinlich ausgerollt ja 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 nice scheiße einfach einst ja schade land fahren lassen ich hab ja gefällt ich bin mit wir zu haus jetzt hast du den atma in die vall getrieben oh nein Ja 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 ja! Ah, danke! Weg da! Hey, Rückenker und Pippin haben beide E's drin! Will jetzt einer mit uns spielen oder spielen wir hier allein? Pippinker! Pippinker! Was willst du von mir? Liebe Harry, Liebe! Hahahaha! Hahahaha! Bleib bitte! Bleib bitte! Sag mal! Du aggro! Blöder agro-Typ! Aber helft dir nicht auch noch? Wie soll der hier? Ja, Pippin! Gute Richtung, guter Ansatz! Ach, Mann, die verpusht die jetzt! Nein! Hahahaha! Weiter! So, doch um halb ist die Subject-Formers! Ja! Ich weiß, dass er in einer hier erstreit! Hahahaha! Ich muss den Reibertypern Rester nehmen! Warum?! Wir hätten das gewinnen können! Aber dafür hätte man halt halten müssen! Na, okay! Ich dachte, ich stehe weiter vorne! Du bleib mal hier oder noch eine halbe Stunde in den Kanzler fahren! Bleib mal hier, oder? Ja! Ist ja zu lustig! Ja! Ich eigentlich auch, ja! Ich würde einen meinen Möchen hier anhören! Hehehe! Ich hatte die Ehre noch nicht mit dem Arzmerius zu verlieren! Oh! Ich hatte die Ehre noch nicht mit dem Arzmerius zu verlieren! Oh! Ich hatte die Ehre noch nicht mit dem Arzmerius zu verlieren! Scheiß! Ähm! Ja, das geht nicht, wenn ihr unter diesen Teams seid! Ja, das ist schade! Und doof! Ja! Ja! Oh! Pipsel! Äh! Was? Achso, ich sah da raus, ja! Alter, wie schwul klang das denn gerade! Pipsel! Ja! Den halt jetzt mal! Nein! Boah! Der kann hier keine Sprache mehr machen! Mach ich's ab! Du! 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 Da kann ja nicht mal ein Fairplay erwarten oder eine kurze Auszeit! So! Der Ball und ich gehen in dieses Tor! Nein! Hahaha! Schön! Ich hab mich da rausgehalten! Dieser Ball will mit mir mit! Die Idee war geil, gell? Oh, nicht gut! Na ja! Schlecht ist es jetzt auch nicht, ne? Fuck! Ah, in der Höhe verschätzt! Nicht gut! Ach doch! Ja, fuck! Kann ich nichts machen! Ach, den hätte ich nicht verfehlen dürfen! Ach, den hätte ich nicht verfehlen dürfen! So! Also zu eins! Du kannst gerne mal noch vorbeikommen! Dann machen wir das direkt nach der Arbeit! Müssen wir beim Bäcker wieder was zu futtern holen! Penis! Oh, sie machen es direkt nach der Arbeit! Und, ähm... Jo! Also das passt alles! Was den T2-Aufsatz bei den Mechanikern gedingensrums geht! Du vergisst, ich bin Meister! Ich schaff nichts mehr selbst! Ich hab keine Scheiße! Ich weiß nicht mehr, wo mein fucking Werkzeugkasten ist! Ganz ehrlich! Ich hab... Deswegen... Also da kann ich dir nicht helfen! Wir können jetzt auf der Arbeit gucken, ob ich den Handwerker irgendwas abklau! Aber, äh... Bum! Schagalaga! Und persönlich auch noch hab ich nichts da! Ansonsten geht morgen klar! Äh, du zahlst das Bier! Also, ob man beim Bäcker Bier kriegt! Gute Richtung! Schlechte Richtung! Und Pipin! Boah! Gar keine Richtung! Nein! Naah! Bauchige Wawa! Wie er hüpft! Ich wollte gar nicht fliegen! Ich war noch am fahren! Nett, dass du über mich drüberspringst! Ins Gesicht! In wessen! He! In Sachsen! Gewinn! 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 Ja! Und drüberheben! Ich hab mich selbst drüber gehoben! Nein! Nein! Du Mist! Geburter! Was denn? Das Wichtigste für unseren Tiefen ist die Empathie zwischen den Leuten! Du bist geburts! Was soll ich denn wissen? Ja, wie dumm kannst du sein, Mann! Du weißt doch, was steht! Was denn? Nein, weiß ich nicht! Ach! Du bist auch mal Atmelein! Immer jetzt geh ich schon Atmelein! Ich bin so aggressiv! Ja! Ja! Er will das sein Vater sein! Dann seine Mutter! Dann beides in einer Person! Aber ohne Penis! Dann mit Penis! Weil ich die OP nicht leisten konnte! Scheiß Genderwahn! Ja! Und jetzt kritisiert er ihn auch noch dafür, dass er sagt, ich bin ein Mann und das ist gut! So auch ohne Penis! Also! Es ist total komisch! Was hier abgeht! Boah! So der Teleport! Du sprössliger in der Dirne! Wow! Ich finde Dirnen eigentlich im Gesamten ganz nett, ne? Die schmecken auch gut im Obstsalat! Ich weiß jetzt nicht, ob man sie noch essen kann, wenn sie Spross tragen, aber... Ich flieg mit ins eigene Tor! So was... Ja! Heißt! Ihre Mutter war im körperlichen... Das war der entscheidende! Das wäre ja wahrscheinlich die Decke nicht mehr ruhig! Ihre Mutter war im alikotalen Gewerbe körperlich tätig! Bett hättest du get... Was war das? Du bist der Hurensohn einer Hure! Du Hurensohn! Du Spaß! Tor! Dass ich ein Hurensohn bin, wenn ich der Sohn einer Hure bin, erklärt sich von selbst! Und dass ich bei diesen komischen elterlichen Verhältnissen nicht auch noch ein Spaß werde, war zu erwarten! Sag das Ding! Für Duisburg! Maxlo! Was? Jetzt wirklich ein Verein, der hier relevant wäre! Ich sag Duisburg nur so aus Bad, weil ich den Namen lustig finde in dieser Stadt! Du Düs in die Burg! Verstehst du? Piu! Hör ich dir mal den Mittelalter nachdenken! Wir haben eine Burg, da kommt jeder schnell hin! Wir düsen da jedes Mal total ab, wenn wir feiern wollen! Dann gehen wir in die Düsburg! So ist es eigentlich jetzt halt nicht! Deswegen finde ich toll! Oder Pierstadt! Ohne Brauerei! Ohne Brauerei! Geil! Es gab damals schon Humoristen! Das ist toll! Nein! Großartig! Der war schön gehalten, Hände! Weißt du? So simpel! Was? Schweinfurt! 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 Ja, das ist die Furt, wo die ganzen Schweine überqueren können! Boah! Ja, und bis heute neben der... Nice! Schöner Schuss! Schön gehalten! Aber bitte gebt zu, dass die die Visage verrückt ist bei dem Bumms, den ich da reingelegt hab! Da musste aber den Trump-Nastoupé in Vegas noch abgepitzt sein! Nein! Boah! Ja! War da wie ein Heckenschütze oder was? Ein Heckenschütze! Schützt die Hecken! Warum kommt von unsern Heckenschützen kein Beschuss? Heckenschützen machen die Männer! Mit den Hecken sind heute alles in Ordnung! Der Kollege Müller schneidet gerade noch die Bitter! So, ich muss gestehen, der Lauf meines Gewehrs ist zu klein! Ich krieg die Hecke nicht rein! Ich weiß nicht, wie ich diese Hecke schießen soll! Es geht nicht! Aber Kollegen, ich schieße! Schütze! Ach so! Ich schätze! Ich schätze, es ist niemand da! Das Blitzel hast du, ich schütze! Oh! Den Falschen geblockt! Scusi! Nicht immer das Petunien! Die tun ja gar nichts! Oh! Nein, die andere! Oh Mann! Ich wollte ihn wegbauen! Wegbauen! Du kannst mich nicht wegbauen! Wegbauen! Das ist kein Fortnite-Bierger! Der fährt zu mir und baut mir meine Räder ab! Weißt du? Mitten im Spiel, zack, zack! Stehe ich da plötzlich auf Backstein! Mitteln auf dem Feld! Du kriegst so eine Frau-Bahn-Kennung! Sie werden eben vakbautiert! Ja, nein! Vielleicht! Gegen Kohle! Ach, warum eigentlich nicht? Ja! 2,80! Uuuhh... Oh, ich hab noch einen geboostet, hab noch einen geboostet! Hättest du nicht gewusstet? Ich bin der Vanette! Genco! Henne hat verdient gewonnen finde ich. Hat sich viel Mühe gegeben, und er hat dir das wirklich gut gemacht. Ich hab die meisten Auto-Berührungen gehabt. Du hast das erste Tor gemacht. Nöööö! Ah ne, das war ja eigentlich das erste.